Im heutigen Video zeige ich euch, wie man mit einem Taschentuch seine Beweglichkeit steigert. Bleibt dran! So, ich habe heute Verstärkung mitgebracht, unseren Nick. Nick hat Schwierigkeiten mit der Robaschenkelrückseite, dass er da etwas verspannt ist und wir gucken mal, ob er das jetzt mit Hilfe unseres Taschentuch in den Griff bekommen. Das ist richtig, oder? Ja. Dementsprechend gucken wir einfach mal, wie die Ausgangslage ist. Dazu möchte ich dich einmal bitten, auf unsere Messvorrichtung hier zu stellen. Der Nick hat jetzt beide Füße zusammengestellt, streckt die Beine einmal durch und guckt jetzt einmal, wie weiter er sich nach vorne beugen kann. Jetzt ist er gerade bei sagenhaften Minus 14 Zentimeter. Ich probiere das noch ein, zwei Mal, um dich mal ein bisschen warm zu machen. Na ja, sehr gut, das ist schon ein bisschen besser. Okay, probiere nochmal. Minus 13. Und ja, jetzt ist er so ziemlich genau zwischen Minus 13 und Minus 12, also Minus 12,5. Okay, dann komm doch mal bitte runter. Welche Seite hat sich für dich stärker oder verspannter angefühlt? Rechts. Rechte Seite. Okay, was wir jetzt machen, wir nehmen das Taschentuch und wir aktivieren jetzt einmal seine Rezeptoren in der Haut, also besonders Rezeptoren, die für leichte Berührung zuständig sind. Und die geben dem Gehirn Auskunft darüber, was da gerade auf seiner Haut passiert. Und es kann sein, dass es genau dieser Stimulus ist, den der Nick jetzt gerade braucht. Deswegen darf ich ihm jetzt mal das Bein mit meinem Taschentuch hier streicheln. Spürst du das? Ja. Es geht zurück ein bisschen. Es geht zurück ein bisschen. Es geht zurück ein bisschen. Okay, wir machen einfach mal ein bisschen weiter, um ein bisschen Stimulus zu kreieren. Und schauen dann mal, was gleich passiert. Also nochmal das ganze Bein streicheln. Okay, gut. Und dann stelle ich nochmal drauf, die Füße ganz zusammen, den Bein strecken, so wie gerade. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Und Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber wir sind jetzt bei minus zwei Zentimetern. Das ist eine Verbesserung um mehr als zehn Zentimeter. Das ist genau der Stimulus, den ich brauchte mit dem Taschentuch. Also Wahnsinn, was man mit so einem kleinen Ding an Beweglichkeit machen kann. Probiert es aus. Wir sind gespannt auf eure Kommentare, ob es funktioniert. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem klickt hier, um unseren Kanal zu abonnieren oder hier, um zum nächsten Video zu gelangen. Alle weiteren Infos von uns kriegt ihr hier unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.